so wir sind wieder hier zurück meine aufnahme hat das letzte mal gesprengt habe ein bisschen gebraucht entweder wird das hier ist eine neue folge oder es wird drangehängt in der extrem lange folge ich werde das nämlich jetzt nicht trennen extra beziehungsweise ich habe es eine etwas kürzere folge am letzten mal aber dafür machen wir die hier länger also es wird auf jeden fall wird auf jeden fall zeit dass wir ein paar horsemeister haben weil es gibt es nicht über nur an ich bin harrison wolf und begrüßt euch bei radio 2 kommt zu einer sondersendung weil er schon heute ramboy zika ist zika jetzt erst mal etwas musik während ich nach sehe wo dieses geräusch herkommt überlands so wenig liegt natürlich auch im daran weil weiter bildung abgeschlossen der unterricht ist beendet so Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Naja, es ist zwar Blümeln, macht schon etwas schöner. Ein Krankenpfleger an der Kardiologie verlangt. Wie gesagt, schön, Ball ist es nicht angezeigt. Die Kardiologie verlangt. Das war's für heute. Hallo und guten Tag allerseits, hier kommt euer Wolf, mit einem super Kinderprogramm auf Radio Two Point. Als erstes also mal eine runde Hinterliste-Gewerbung für die ganz Kleinen. In Cheesy Gabbins ist genauso viel Milch drin, wie in Milch. Hört sich nicht so an, als könnte das stimmen, aber wen interessiert das schon? Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ja, schaffen wir uns nicht, aber durchaus. 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 Ein bisschen gesteigert haben wir es halt. Jetzt nicht, wie wir es noch ein bisschen mehr reinbekommen. Die Körper haben wir eigentlich. So eine Anekdote haben wir vielleicht kaum auch noch. So. Das finanzielle Mann. Williger Mann. Instandhaltungsdurchsage, Pflanzen benötigen Wasser. Das. Gut, oder? So. Ist das schon? Können wir das dann wohl packen? Das Jahr ist fast vorüber. Wie immer abgestoppt. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Oh, 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 oh. jetzt hätten wir die 2 millionen geknackt wieder haben wir die 80 prozent nicht 70 prozent jawohl dritter stern ist da meine lieben leute kudos bekommen luxus getränkautomat fortfahren natürlich wiegen schnell speichern und zurück zur karte so wir hätten hier flotten ring haben wir ein stern erspielt haben wir auch ein schönes spiel also die zwei werden wir dann auch auf jeden fall weitermachen würde ich sagen bevor wir den beginnen sagen nach lobo box dort besitze drei gebäude machen wir gleich freischalten leuchter freischalten wir haben wir abgebildet wasser geld deswegen Ich bin ja mal eine kleine im Hintergrund, macht sie mich im Dippel. Unbeaufsichtigt abgestellte Objekte sollen nur mit dem Schnupsschnapp angeschnupst werden. Was ist denn? Noch keine Weiterbildung. Wollen wir hier auf jeden Fall eine Weiterbildung machen. So, kann man da gleich auch öbbeln. An der Psychiatrie. Psychiatrie haben wir ja. Arztpraxis wollen wir da machen. Sonst können wir da aber eh nichts machen. Gut, Ärzte. Okay. Okay. Und dann? Ähm. ... Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. So, jetzt wollen wir mal über meine ersten und liebsten Erinnerungen an Zeichentrickserien reden. Ich bin immer früh aufgestanden, runtergegangen und habe mich auf den Boden gesetzt, um mir diese... Gut, wenn sie Verlust gemacht ist. Er ist ja auch hier in diesem Hospital bestanden, da habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, was wir gewinnen hätten können. Aber ich gebe das ja, den Patienten was tun. Gut. Ich habe gut an der Maschine mit durchgeführt. Ein Arzt zur Entleuchtungsklinik, bitte. So kein Stress, das geht mir jetzt schon irgendwie hin. Wir haben halt viel zum zurückzahlen für 21 Monate da. So, das erste Upgrade ist das zweite Upgrade. Mit den zweiten Sterne im Krankenhaus. So, jetzt wird es nicht gut. Das ist ja sehr stark. Warte, der Stein ist da, um Topf 2, soo. Ich rufe 10, habe 20 Patienten, die Aktivität auf 25 Prozent, ja das ist halt jetzt Kleinigkeiten kaufen. Das wäre eine Palme, die wäre ein bisschen da, da. Über den Eingang auf den Ecken, wenn wir das mal machen. Ja. 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 Wir brauchen die Attraktivität natürlich noch. Die Patientenheilen und du für das Krankenhaus. Ja. 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 wir werden hier auch noch ein leidenschaften herbauen luxusgetränkeautomaten auch hinstellen so können wir da ein bisschen cheaten wollen jeder raum mit der aktualität erhöht jetzt müssen wir nur mit drei patienten hangen das werden wir noch machen dann werden wir die folge beenden ein letzter noch da ist er dritter stern zurück zur karte das heißt das haben wir dass das nächste wird dann dieses hier sein und dann ja schauen wir was haben wir noch vor uns und sagen bis zur nächsten folge macht es gut dran